Willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty und meine Bewohner sind richtig motiviert. Kopf hoch, Ronald. Heute ist ein wundervoller Tag, denn wir haben einen Neuzugang. Und der ist auch schon da. Ja, der ist schon da, der ist hier, hier ist er. Da gehen wir jetzt mal hin, weil den muss ich erstmal zuordnen. Also dem muss ich mal sagen, was er erarbeiten soll. Er wohnt bei Gotsimira natürlich. Ein Landwirt, ne, auf Stufe 3. Sehr schön, gleich schauen wir uns den mal an. Dann, den Knaben, ich werde mich mal kurz satt essen und ich werde mir auch bald mal wieder einen Trinkschlauch herstellen. Ich unterschätze das immer. Ich bin hier halb verhungert wieder angekommen, weil ich einfach nichts mehr zu trinken kann. Also halb verhungert, halb verdurstet wieder angekommen, weil ich nichts mehr hatte. Also zu essen und zu trinken. Gut, dann schauen wir uns den Knaben nochmal an. Er ist 23, das weiß ich. Den Namen habe ich wieder vergessen, weil die haben hier so wirklich ausgefallene Namen für heutige Zeiten. Damals war das völlig normal. Wenn man, äh, ist der noch ein Bett oder was? Wenn man Wilhelm heißt. Na, Wilhelm geht eigentlich. Du stehst mit deinen dreckigen Botten, mit dich nur gerade, von, ich glaube hier habe ich einen gefundenen, Branica. Gekommen bis stehst du am Bett. Ja, wenn das kurz die Mera sieht, dann wirst du gleich wieder ausquartiert. Gut, und der kümmert sich jetzt um die Schweine. Und wenn du heute bei den Schweinen warst, dann hoffe ich nicht, dass du heute Abend dann auch wieder mit den Schuhen im Bett stehst. So, ihr Schweine. Ihr bekommt jetzt, äh, Ganztagsbetreuung. Und zwar, Produktion nicht eingestellt. Ja, pass mal auf. Ähm, Lehrer Slot. Da kommt jetzt der Wilhelm. Der wird sich freuen. Ja, der geht die Stimmung nämlich gleich hoch. So, was soll man denn da produzieren? Ja, dunk. Was anderes kann man hier ja gar nicht produzieren. So, mach mal 100% dunk hier. Der macht nur Scheiße, den ganzen Tag. 60. 60 dunk am Tag. Okay, ähm. Tiere, Ewa und Sau. Ja, genau. Alter, ein... Oh. Die Sau ist ein bisschen älter. Und dann hoffe ich, dass das mit der... Mit den Kennern nochmal ein bisschen klappt hier, ne? Mit dem Nachwuchs, Leute. Was ich so ein bisschen doof finde, dass man für das Huhn dann wieder... Da brauchst du wieder extra einen, ne? Das ist schon ein bisschen bescheuert eigentlich. Dass ich sagen kann, hier komm, geh da hin. Und dann nach zwei Stunden gehst du mal hier hin. Äh, oder hast du den Tag auch genug getan? Nö, das geht nicht. Ist ja schade. Gut, jetzt bräuchte ich eine Hütte für Jäger. Ich brauche zwei Jäger. Ich habe noch keine gefunden. Aber ich müsste erst mal eine Hütte hinstellen. Aber sonst habe ich wieder das Problem. Ich akquiriere die Leute. Die laufen los. Sind richtig stinkig. Weil nichts vorbereitet ist. Ähm, und den möchte ich so ein bisschen vorbeugen. Das heißt, wo stellen wir dann mal das Häuschen hin? Stellen wir das Häuschen hin? Ist ja eigentlich egal. Ich meine, die Jägerhütte ist da. Aber das muss jetzt nicht immer alles zusammenstehen. Ähm, Gebäude. Jetzt könnte ich natürlich auch mal Einfaches Haus. Einfaches kleines Haus. Haus. Wo ist da jetzt der Unterschied? Bietet eine häxliche Person. Aber hier tut sich doch nichts. Ist einfach größer, ne? Ist schon mal cool, so eine große Bude, ne? Ob ich das für meine Jäger haben will. Aber mit den Jägern, also die sollte man schon bei Laune halten. Aber wenn die keinen Bock mehr haben, hast du ein Problem. Hier gibt es nichts mehr zu fressen. Ja, das ist mal schlecht. Also ich könnte jetzt, wenn ich das Haus... Ich nehme es mal kurz weg. Hier könnte ich später mal einen Weg durch. Oder da, da kommt ja der Weg. Wenn ich das jetzt hier vorne hinstelle. Irgendwer hat da Hunger. Warum hat da jemand Hunger? Warum haben alle Hunger? Was ist mit euch los? Äh, hab ich noch... Hab ich noch was Essen dabei? Nee. Oder habt ihr Durst? Oder was habt ihr? Was ist denn bei euch los? Sag mal, hallo? Trinken habt ihr noch? Sag doch was, Leute. Sag doch einfach was. Also hier haben wir so... Puh. Das ist einfach das Meuterei geworden hier. Jetzt geht es wahrscheinlich gerade bei allen runter. Das geht, das geht. Ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob ich so ein großes Haus... Nee, eigentlich so ein großes Haus sollte eigentlich mir... Sollte nur ich haben. Könnten uns darauf einigen, dass sie zu machen haben. Warum sollen da drei... Drei wohnen? Dann machen wir so eine einfache Butze. Hm. Ich weiß nicht so richtig, woher hin. Da ist noch ein bisschen drauf. Ich könnte sie jetzt neben bauen. Ja. Ja. Hier gegenüber. So, habe ich jetzt entschieden. Da kommt es hin. Wobei, ob es so rum gut ist, weiß ich nicht. Nee, so rum ist glaube ich nicht gut. Dann machen wir mal wieder weg. Zerstören. Zerstöre, was noch nicht mal klar ist. Ähm. Nochmal. Einfaches Haus. So, hier wäre ja der Weg. Der soll hier irgendwann rumgehen. Dann muss das nächste Haus auch hier nehmen, irgendwie. Ist das ja so irgendwie. Also hier wird es irgendwann rumgehen und da... Ja, 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 ein bisschen Abstand zum Nachbarn. Denk an die Grundstücksbebauung. Äh, an die Grenzbebauung meine ich. Der Weg hier so rum, da so vorbei, hier an der Tür. Dann geht's da hin. Könnte man machen. Ich mach's mal. Ich mach das. Ich brauche aber erstmal Steine. Genau. Es wird wieder ein Haus gebaut. Ist das nicht schön? Alle freuen sich. Ein Häuschen. Steine, Steine, Steine. Brauchst du sowieso ziemlich viel, ne? Weil? Ja, 177 Steine wirst du kaum tragen können. Äh. Den Kohl packe ich hier nicht rein. Nahrungsmittel. Hab ich sonst noch mal was schweres dabei? Na, die Pelze, die wiegen nicht viel. Leder, das könnte noch ein bisschen was. Das ist einfach zu viele Steine. Okay, komm. Machen wir so. Ja, das ist gut. Da können wir uns drauf einigen. Und schon brauche ich Stämme. Ah, warte mal. Ja, ich brauche erstmal Stämme. Da brauche ich eine ganze Menge Stämme. Hm, hm, hm. Ich hätte jetzt doch den Esel nehmen können. Wobei, der kann eh nicht viel tragen. Der mit seinen 45 Kilo, oder? Ist so lächerlich. Der braucht größere, größere Taschen. Weil er dumm ist. Jetzt packe ich das zurück. Dann hole ich mir die Stämme. Dann packe ich die Stämme wieder zurück. Dann brauche ich gleich ganz viele Steine. Holzstämme. Ja, 22. Nehmen wir erstmal mit. Das machen wir. Ja, haha, genau. Hier muss ich jetzt gucken. Ich hätte gerne eine Wand, aber aus Steine. Da hätte ich auch eine Wand, aber Steine. Ich werde sowieso wahrscheinlich wieder irgendwo, irgendwo failen. So, da hätten wir gerne eine Tür. Aus Stein. Irgendwo gucken wir gleich eine Flechtwand an. Das weiß ich jetzt schon. Das wäre ja nichts Neues. Hier ein Fenster. Steine. Hier ist auch noch eine Flechtwand. Ist so rundum eigentlich. Da holen wir erstmal die Dings rein. So, da... Ach, da haben wir auch noch nicht. Aber hier habe ich, ne? Ja, ja. So, da oben. Nein, kein Rieddach. Da holen wir die ganzen Stämme mal rein. Hier kommt... Ach doch, da kommen doch Stämme rein. Ist ja ein Ding. Brauche ich gleich nämlich nur noch Bretter und Steine. Ich brauche sogar noch Holzstämme. Das ist ja ein Ding. Ja, die ist ja mal ein Ding. Hm. Hm. Da waren das jetzt drei Stämme, glaube ich. Da nehme ich drei Stämme mit. Und die... Jede Menge Steine. So, drei Stämme. Nein. So viele Steine, wie ich tragen kann. 116. Wäre es denn nicht tragen können. Ja, so. Ja, das geht. Komm. Der ist taff, der Junge. Der ist kräftig. Der kann richtig was vertragen. Der kann richtig was schleppen. So. Wand. Wand. Haben wir kaputt. Haben wir keinen. Da mache ich mir einen. So, dann mache ich mir einen eigenen. Pass mal auf hier. Ja, gehen wir kurz beiseite. Fühle das mal ab. Genau, ist wichtig. Ähm, was brauche ich denn für so ein Bronze-Dings? Bronze-Hammer. Zwei Bronze-Baren, ein Stock. Das ist cool. Mache ich mir. Dann hält das Ding mal ein bisschen länger. So, Barren. Warum? Warum? Ja, dann nehme ich halt hier so einen Hammer noch irgendwo. Holzhammer. Dann nehme ich den. Ach ja. Stimmt. Ich habe ja mal ganz viele hergestellt. Okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Holzhammer auf die fünf. Dann verheize ich die erst mal. Und Waschzuber. Waschzuber mache ich auch. Für meine Bürger. Das reicht ja, wenn einer stinkt hier. Der Bürger mache ich so. Das sind ja nicht alle. Das ist mein Privileg. So, jetzt brauche ich. Nein, genau. Stämme waren noch da. Steine. Stämme. Und Steine. Ach, Stöcker auch noch. Ich drehe durch. So, das ist fertig. Jetzt brauche ich da Stöcker. Ja, warte mal. Die hier wieder auf, oder was? Eins. Äh. Drei. Drei. Ich glaube, es waren vier. Naja, gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug. So. Was braucht der jetzt? Der braucht Bretter. Oha. Zwölf auf jeder Seite. Äh. Zwölf auf jeder Seite. Ja, wobei hier gar nicht mehr so viele. Hä, hatte ich hier Bretter? Also 36, 46 Bretter brauche ich. Habe ich bestimmt nicht. 46 Bretter. Hm. Never. Bretter. Ich habe 15. Ist auch gut. 15 Bretter. Ähm. Ein paar. Stöcker. Stecker, komm mal weg. Kein einzigen Holzstamm mehr. Okay. Warte, habe ich gesagt. 46, ne? Da brauche ich nochmal. Äh. Warte. Nummer 15 mit hier. Sehr wohl. Dann mache ich daraus nochmal Bretter. Und dann sollte ich eigentlich genug haben. Das Schöne ist, ich habe ja jetzt den Holz vor Arbeit im Prinzip da schön im Wald gestellt, weil ich dachte, das muss so sein. Ah, toll. Immer so schön war da wie ich. Aber er hat da seine Ruhe da hinten, ne? Das muss man nochmal sagen. Das darf man manchmal nicht unterschätzen. Ach, Mist, ich brauche wahrscheinlich mehr Bretter, weil für den Waschzug war. Oh, ich hätte gleich mehr Bretter machen sollen. Das war doof. So, zack, zack. Äh, nee, jetzt habe ich ja 30. Was habe ich denn erzielt? Nee, Quatsch. Er macht ja 15. Er macht ja 30 Stück. Dann habe ich... Nee, da habe ich 45. Mir fehlt ein Brett. Ach, nee. Mir fehlt ein Brett. Im Ernst jetzt? Sehr schön. Toll gemacht, Kitten. Ach so. Ah, jetzt habe ich leichten Überschuss an Bretter. Dann wollen wir mal das Häuschen fertig bauen. Und dann könnten wir mal nach Deniza. Das ist so der einzige Ort, wo ich jetzt noch nicht war. Bei den anderen hatten sie keine Jäger. Na, Treiber, da behalte ich über. Ach so, drinnen ist ja auch noch was. Och, ich vergesse das jedes Mal. Das war ihr Holzsterner. Oh Mann. So, was brauchen wir eigentlich die Waschzuber? Das ist übel Deko. Verschiedenes. Auch ein Brett. Weißt du, was? Ich mache jetzt einfach mal ein paar Brett. Ich schnappe mir so viele Stämme, wie ich nehmen kann. Mach daraus Brett. Dann habe ich genug fürs... Ah, Moment mal, Moment mal. Nee, ich muss mit den Stämme erst mal da rein. Ich brauche da keine Stämme. Ich brauche da ja Brett... Äh, keine Bretter. Ich brauche da Stämme. Ich komme hier ganz durcheinander mit Stämme, Brett. Und dann kann ich nicht tragen. Ist übertrieben, ne? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Gleich habe ich ein paar weniger, dann kann er wieder ein bisschen schneller. Das ist gut. Äh, ach, darf ich wohl gerade sagen, wo ist das Haus? Ach, war an der Seite nicht auch noch offen? Nee, war zu, ne? Nein! Nein, nein. Seht ihr es? Ich sehe es. Ah, es ist so furchtbar, ey. Mann. Ja. Es muss immer irgendwo was sein. Irgendwo muss immer was sein. Ja, komm, reiß es ab. Ja, baue auf. Vier Steine. Vier. Verdammte Steine. So, komm, mach. Eins. Drei. Das kann doch nicht sein. Es hätte mir zu denken geben müssen, dass ich da oben einen Stöcker brauche. Wozu brauchst du da Stöcker? Auf der anderen Seite, Leute, brauchst du nur Steine. Nein. Da muss ich ein Stöcker rein. Ich hätte das jetzt nicht merken müssen. So, komm rein damit. Juhu, das Haus ist fertig. Einzige, was hier nochmal ran muss, ist natürlich hier die Dinger. Hm. Da brauche ich dann Bretter. Wobei. Achso, muss ich gleich dabei haben, ja. Naja, gut, dann machen wir mal später. Jetzt machen wir erstmal was zu, was? Und dazu. Ich muss mal auch gleich waschen, ich weiß. Mache ich jetzt erstmal wieder Bretter. Eigentlich wollte ich nach denen jetzt da. Nach einem neuen Jäger Ausschau halten. Aber naja. Ihr wisst, wie das ist, ne? Irgendwann ist immer. So, du musst da leider nochmal weg. Ich muss Bretter machen. Tut mir echt leid, aber. Er ist, er ist so wie Rad. Er denkt auch, meine Herren, weiß der mal, was er will. Andauer kommt er hier an. Obelt hier ein bisschen blöd rum. Bin ja gleich wieder weg. Ich bin gleich wieder weg, wa? So. So. Dann, äh, dann, äh, genau. Waschzuber. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Also Außendeko bringt eigentlich nichts, aber sie haben's halt. Also ich glaube, Außendeko bringt nicht wirklich was. Äh, da. Da. Ja, wo stellen wir mal den? Zu unüben. Da kannst du gar nicht über den Stellen hier oben rauf gerissen. Kann ich halt eben die Bude stellen? Ne, ne? Da ist der Deko für Außen. Ja, hier kannst du schon mal gar nicht. Ich kann den ja da einstellen. Ja, so blöd. Das ist auch blöd. Gebt keine Waschzuber, die brauchen dann nicht. Wer die ist. Da kannst du eh nicht überall hinstellen. Mensch. Ähm. Ja. Äh, ja. Äh. Den jetzt da. Neuer Jäger. Warte mal, hab ich jetzt? Ja, jetzt hab ich natürlich nur. Jetzt hab ich nur Bretter. Ja, komm. Jetzt haben wir nochmal vier Stämme und dann, dann haben wir's auch. Und ich wasch mich jetzt. Ja, ich bin der Bürgermeister. Ich muss immer ein gutes Bild nach außen, äh, repräsentieren. Ich bin ja auch viel unterwegs. Weitgereister Mensch. Da muss ich auch mal richtig aussehen. So. Was hab ich gesagt? Vier Stämme. Wo die mal. Vier Stämme. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da, 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 da. Ne, doch. Ne, das ist ja unter Haar. Ich vergesse das jedes Mal. So, dann haben die ihre... Oh, da drüben sind auch noch keine, ne? Hm. Hm, 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 hm. Aber sonst haben, glaub ich, alle Fensterläden. Weil da hinten war sie auch nicht so richtig. Ein schönes Geräusch. Habt ihr Fensterläden da hinten? Hey, ich dachte, die haben alle schon Fensterläden. Och. Captain, was machst du denn? Die Jäger haben Fensterläden. Da haben sie Fensterläden, ne? Sollen wir mal zu? Bei mir auch. Hm, das heißt nochmal zwei... Ja, acht. Nochmal acht, äh, Stämme. Dann gehen wir nach Dienitzer. Also wenn, dann muss ich auch komplett sein, ne? So, nochmal schön 20 Kilo reinballern. Ja, ich weiß, du bist wieder völlig außer dir. Kannst gleich wieder duschen. Ja, das Haus hier hinten, das... Wenn man das Let's Play nicht von vorne geguckt hat, dann weiß man gar nicht, warum steht hier ein Haus. Ja. Hier stand halt mal eine Fischerhütte. Und dann hab ich festgestellt, dass man mit dem Zubehör, was man zum Fischen braucht, dass das nicht wirklich eine Miggi-Maus, äh, Haltbarkeit hat. Und dann hab ich entschieden, ne, das machst du nicht. Ja, bist ja nur dabei, die Dinger herzustellen. Und dann gibt's halt keinen Fisch. So fertig ist... Ach, 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 die haben drei... Ich kann gleich nochmal zwei Baumstämme holen. Ich hab noch welche. Zu viel geholt. So. So, erfreut euch an euren tollen Häusern. Also, die... Dann mach ich auch mal. Die auf. Schlicht mal lassen in die Bude. Könnte ich bei mir natürlich auch mal machen. Aber es hat nichts zu verbergen. Und deswegen... Ach, hier ist auch noch zu. Mann. Dann muss ich mal drauf schauen, ob die das nachts zumachen. Und dann darf ich nicht wieder auf. Finden die das so toll, in dem Mief zu leben, oder was? Ah, der junge Wilhelm kümmert sich um die Schweine. Schön. Also, er steht eigentlich nur blöd rum. Ja, was soll er auch machen, an dem Tag? Schippen wir mal im Dreck. Und das war's auch schon, ne? Ich hätte doch zwei noch haben müssen. Geh durch! Was hab ich denn... Ach, das war... Bevor ich das gebaut hab. Ja, natürlich ist da vorne nix. Ich brauch mal ne Birke. Eine kleine Birke wär gut. Da wären nämlich genau die zwei Stämme drin, die ich brauche. Und so... Jetzt so ein kleines Unterfangen wie... Mal kurz nach denen jetzt zu reisen. Schon ne Riesensache, ne? Wenn man sich ja dauernd vertut. Vertun tut. So, nur haben wir es aber. Oh ja. Aber dann... Dann haben wir endlich alle auf einem Standard. Oh, jawoll. Und da fällt mir einer, muss noch einen Zaun rum. Damit ich dann hier auch so rüber latschen kann. So, moin die Damen. Endlich. Endlich. Bringt das jetzt irgendwas? Sieht man das dann schon? Ja, naja. Hier geht's mit Gott, die Mira und Wilhelm. Ja, genau. Bei den anderen ist das wahrscheinlich schon passiert. Da geht's hoch. Okay. Ein bisschen was bringt das. Ich rede mit meiner Frau. Schön. Es ist endlich passiert. Ich hab die beiden vertauscht. Aber sonst steht sie doch immer da, oder nicht? Das sieht so aus, als könntest du etwas Wasser gebrauchen. Oh, schön. Schön. Oh, lass mich dich mal genauer ansehen. So. So ist alles. Ich dachte, ich wäre eine Quest irgendwo. Hallo. Fallen bitte? Nö. Nee, zur Seite. Nö. Mach's gut. Have a good day. Hallo, Schweinchen. So. Wie sieht's aus? Alles gut, Wilhelm? Läuft bei dir? Hast alles im Griff? Naja, das sieht nicht danach aus. Obwohl, jetzt bald ein kleines Schweinchen oder so. Ist ja irgendwie ein bisschen... Nachhilfst. Ich will das gar nicht so genau wissen. So, dann lass uns doch nochmal ganz kurz nach... Denetal. Das wäre ja zumindest so der einzige Ort, der mir noch einfällt, wo ich noch einen tüchtigen Jäger oder Jägersmann, Jägersfrau kriegen könnte. Im Endeffekt am besten beides. Dann hätte ich gleich wieder ein Pärchen da. Bin jetzt auch gespannt, wann die ersten... Ersten Fremdkinder kommen, hätte ich bald gesagt. Also nicht meine, sondern... Wann eine von den anderen schwanger wird. Und dann wird's echt spannend. Dann geht's hier los. Dann kommen Kinder, dann... Wird hier nicht mehr gearbeitet und da nicht mehr gearbeitet. Und den kleinen muss ich auch ein bisschen mehr bieten, ne? Man spielt sich hier, man spielt sich da. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das herstelle. Ich hab noch keine Spielzeuge gesehen. Ja, das muss hier irgendwo bei der... Bei der... Bei der Dings sein. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Schreinerei nicht. Ich weiß nicht, wie die Hütte heißt, aber ich... Ich weiß, wo ich meine. Da, wo ich auch Teller und sowas herstelle. Denk ich mal. Da wird auch Kinderspielzeug sein. Könnte ich vielleicht schon mal so langsam anfangen, was herzustellen. Hallo, Luchse. Ach, sie sind so süß. Mit ihren kleinen süßen Pfoten. Ah. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Moin. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob da jemand Brauchbares am Feuer sitzt. Gibt's hier eigentlich eine Quest? Habe ich das denn jetzt geschafft? Ach so. Hoppala, ja. Jetzt bin ich da hinten in den Zaun gekommen. Da war er offen. So. Äh, und man kann sehr wohl das sehen, wenn man auf dem Esel ist. Ich stand wahrscheinlich bloß ungünstig letztes Mal. Aber ich steig trotzdem erstmal ab. Jagd 1. Das kann man schon mal vergessen. Jagd 2 ist nicht... Aber ich glaube, es wird... Na, junge Dame. Möchte mal den Esel streicheln. Kannst du gerne machen. So, ähm. Ähm. Ja, das ist natürlich doof. Aber ich glaube, es wird schwierig. Also, wir fangen einfach mit dem Jägerstufe 2 an, oder? Ist das... Ach nee, der hat ja auch nur... Moment mal, Jagd. Der hat ja auch nur eins. Nee, eins mach ich nicht. Der hat zwei. Dann nehmen wir... Hallo. Hallo. Ah, du bist aber schon ganz schön alt. Goodbye. Mit 30. Ah, der Dagobert. Und du? Achso, Mathilda, du gehst hierher. 30 ist schon ganz schön... Ganz schön alt. Nee, mach ich nicht. Suche ich mir lieber doch was Jüngeres. Wo könnte ich denn noch gucken? Lesnika. Oder Lesniza. Was auch immer. Und hier. Und Hornika auch. Also, die Orte könnte ich einmal abbreiten. Das werde ich auch machen. Machen wir nächste Folge. Da schauen wir uns da mal um. Oh, was Brauchbares finden. Jägersfrau, Jägersmann. Das ist übrigens einen coolen Haircut. Auf den Kopf und los geht's, ne? Ähm. Genau. Das machen wir nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ich werde gleich mit allem. Ciao, ciao. Ciao, ciao.